Da ein Wohl braucht mehr Bewohner weist sich der bracher Bewohner zu und wartet bis es zwischen ihnen funkt. Halt die Fresse! Dein Wohl benötigt eine stelle Versorgung mit der Energienau und Wasser um richtig funktionieren zu können. Wenn Ressourcen knapp werden, färben sich die Leisen im oberen Bildschirmbereich rot. Wird die Energie knapp, stellt den Räumen ab, wird das Essen knapp, verliert Bewohner Gesundheit, wird das Wasser knapp, wenn Bewohner verstrahlt, die Linie auf Ressourcenzeit in einem Montag... Ok... Ja... 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 So geht's eigentlich nicht automatisch. 2... 2... 2... Hier steht wenigstens gut. Der ist glücklich. Der ist glücklich. Der ist glücklich. Der ist nicht glücklich. Der ist glücklich. Ja, was soll man das machen? Dann gehst du nach oben. Du kommst hier runter. Choice King ist ihm noch... Entschuldigung Leute. Ich glaube ich schicke ich jetzt erstmal hier rein. So... 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 Wir brauchen mehr Zeugs. Extrem viel Zeugs. Okay... Generator... Wir brauchen... Wie läuft das hier? Lagerraum... Es geht noch... Es gibt extrem viel... Wo habe ich denn so viel Platz? Generator... Wir brauchen... Den bauen wir hier hin. Nein... Hier... Und dann nochmals... Wasserbehandlung... Hierhin... Vielleicht noch ein Deiner... Das kommt... Das kommt... Hierhin... Läuft... Gut... Okay... Sind jetzt alle zufrieden hier? Zufrieden... 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 Gut... Die kommt jetzt erstmal... Hierhin... Die... Komm... Ah Mann! Ich habe die Hand gekriegt! Die kommt hierhin... Dann sehen wir mal wie das Bunk funktioniert... Macht schon Spass... Schön animiert und alles... So... Wirf es zu mir... Beim Kreuzfahrtsradberuf... Der geht es gut... Der geht es auch gut... Fühlt sich auch wohl... Gut... Die... Fühlt sich auch wohl... Dann gehen wir hierhin... Dann gehen wir hierhin... Wie geht der jetzt hin? Hi! Ja... Kriegen wir es dafür! Ich mache jetzt schon das Dine voll... Oh... Jaaa... Kann auch nicht mehr... Hier rein... So hier... Mal sehen... Jetzt bitte hier... Ein bisschen... Arbeiten... Was? Was denn? Unfälle können durch einen fehlgestrahlen... Tempermutter so zufällig... In einem Raum... Auf den... Im Bewohner eines Raums... Kümmern sich halt... Basisch um den Unfall... Hey... Was passiert? Ist ja zu blöd für alles... Dem ist nicht wohl... Dem ist nicht wohl... Dem ist... Dem ist wohl... Dem ist auch nicht wohl... Ja... Entschuldigung wenn ihr... Einen scheiss Job habt... Aber... Dem ist nicht wohl... Dann... Bist du eben... Hier rauf... Bis dahin... Das hat echt... Gott... Wieso gehen jetzt... Alle die weg? Was soll der Scheiss? Wer hat doch gesagt... Sie sollten weg? Ich... Und ich... Dass sie durcheinander haben... Bin ich... Aber... Wir haben langsam Probleme mit Messen... Ok... Gnauf... Genau... Geht's nicht wohl... Ich halte jetzt deine... Du Luschi... Wo kann ich den nicht packen... Wieso geht das jetzt nicht weg? Das ist echt mühsam. Echt mühsam. Kaum mehr Wasser, wisst ihr das? Ist hier ein Blick wert drin? Den ist wohl, den ist wohl. Der ist wohl? Ja, der ist nervsam. Dann geh halt hier rein. So. So, alle zufrieden. Ja. 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 Dann bitte. Warte ein bisschen schneller. Tempo. Okay. Das haben wir. Okay, Feuer. Es brennt alles. Ja, sie freuen sich. Yes. Was? Hä? Freischaden wollte ich im Anspruch. Okay. Jetzt. Ein Steampack. Eine Kamera. Was bringt das eigentlich? Hä? Aha. Ja. Tschö. Nein. Danke. Alle zufrieden? Ja. 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 Wir jetzt sind. Ja. Gut. Dann würde ich mal bitten, dass ihr hier ein bisschen vorwärts macht. Ich kriege ganz ein Baby hier. Okay. Haken. Auch nett. Dann aber. Basisch bin ich alle tot. Okay. Jetzt kommt das Wasser raus. Kommt schon. Wir brauchen Wasser. Dankeschön. Wir brauchen auch Essen. Auch gut. Wasser. Versuchen. Kommt schon. Ah. Okay. Okay. Alles klar. Ja. Alles klar. Schön. Lassen Sie mich mal gerne. Kommt schon. Das schafft ihr. Ich seid doch lustig. So, glaube ich, es wird dann irgendwann mal Zeit, hier, was eigentlich, ganz schlimm. So, ich glaube, du und der, ihr geht mal zusammen, nein, du gehst hier rein, und wer ist hier empfehle dich kurz, du hast dir was verdient, ihr macht jetzt schön, snu, snu, ach, schön, äh, 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 na, hallo, darf ich dich vielleicht schatzen, wow, das ging ja schnell, Evelyn und Albert, ich will dich lieben, als wäre das mein Leser-Tage-Fan, ist das vermutlich auch, ha, 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 fies, und jetzt, also man sieht nichts, aber, und jetzt, wenn Küsse Schneeflocken wären, würdest du gleich wieder Stiefel, wow, Wir lassen euch halt schonmal allein, ich will Ergebnisse sehen, ha, 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 das Risiko geht, nein, nein, brauchen mehr Essen, Letzten mal versuchen wie hier. Christian, der ist nicht so gut. Ich will euch nicht stören, aber seid ihr bald fertig da? Ich will nämlich einen an einen anderen Job. Jetzt geh ich in die Hose, oder? Ich will mal ein bisschen sagen, ihr könnt ein bisschen vorwärts machen da. Aber die ist ja auch nicht so zufrieden, oder? Sie ist nicht so zufrieden, okay, dann gehen wir halt wieder hin. Und einer von euch, der ist ganz zufrieden, der ist auch zufrieden. Ja, alle wollen keine Arbeit. Ist ja auch logisch. Die ist zufrieden. Der ist nicht so zufrieden. Dann gehst du in die Aufbereitung. Vielleicht bringt es ja was. Oh, eigentlich wollte ich nur einen kurzen Part machen. Ah, ich teile den auf. Ja, was ist? Okay. Ist das neu oder was? Ah, Lagerraum. Ja, wir haben ja auch kaum was mehr. Okay, da in der Grundkopf. Hier, bauen wir. Lagerraum. Okay. Ja, vielleicht. So, du gehst jetzt mal in den Lagerraum. Ja, ja. Jetzt tanzen sie noch um. Könnt ihr sie mal ein bisschen vorwärts machen? Ich will nicht sagen, aber Lagerraum geht mir auf den Keks. Ah, ich kann verbessern. Okay. Das ist ja... Ihr seid so in Lagerraum, Herrschi. Verpässe ich halt mal den Raum. Ich kann sagen, sie alle hier ziemlich. Das geht gut. Okay, ihr kommt mir erstmal. Hier hoch. Im Wasser. Ich habe es auch schon gemerkt. Was soll ich tun? Tut mir leid, aber ich glaube, ihr braucht hier mal ein bisschen viel Luft. Ich bin sie jetzt mal da nach unten. Du bist klug, du bist gut. Ist auch nicht mehr glücklich. Lass, warum nervt ihr mich? Wisst ihr das? Wir haben ein Problem. Wir haben kein... Wir haben kein Wasser. Das ist ein Problem. Könnt ihr mir jetzt eigentlich nicht... Manche Leute sind hier echt. Weisst du, was du kannst? Die sollen dir nie was... Gutes. Du gehst jetzt erstmal erkunden. Hoffentlich kommst du Leben zurück. Sonst... Sonst... Ne. Das soll doch einfach gehen. Geht der jetzt? Ja, der geht. Das will ich sehen. Das möchte ich jetzt sehen. Und tschüss. Vielleicht kommt ihr wieder zurück. Siehst ihr? Was ist mit euch los? I'm sorry. Ihr seid Lucien. Ihr seid Lucien. Ich weiß nicht, dass ich das jetzt tun muss. Nein. Mir geht es hier arbeiten. Und zwar weiter. Arbeit. Ihr nervt mich nämlich. Ihr macht mal ein bisschen was zu fressen. Dankeschön. Ja, ich weiss. Also wiederholen sich die Tipps. Ich denke, hier bringt es nichts mehr nicht. Ja. Hat ja gar nicht lang gedauert, ne? So. Macht mal da was. Hä 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 hä. Äh hä hä hä. Äh hä hä hä. Äh hä 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 hä. Äh hä 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 hä. besser gepasst. Haracken zum Knacken! Und jetzt? Ok... Braten ist im Ofen! Ich glaube ich muss kotzen. Sieh, wie geht's dir? Ja... Jetzt sagt er, ich muss... Jetzt kommt der und sagt, ok Schatz, ich geh mal Zigaretten holen. Was ist alles cool? Ja, aber ich glaube schon. Immer noch besser als zu Hause. Ich glaube du... der geht es nicht gut. Dann schicken wir die... hier hin. Dann geht ins Lager. Da ist sie gut aufgehoben. Und du machst jetzt hier mal weiter. Dem geht es gut. Dem geht es gut. Dem geht es gut. Der geht nicht gut. Hier will eigentlich niemand arbeiten, oder? Jetzt gehst du immer wieder ins Diner. Ich glaube, der Diner kann mich ausbauen. Oder? Schade. So. Wir gehen da hoch. Könntet ihr jetzt mal ein bisschen was machen? Nein, kannst du wissen. Das ist keine gute Idee. So! Jetzt glaube ich, sind alle zufrieden. Dann ist es nah dran. Gut. Voll Deck. Toll du! Toll. Wasser! Wasser, 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 Wasser. Hellner hinaus, Fick. Rundrink. 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 Kriege ich einsetzen und was? Was? Oh ja, schau! Ist das jetzt automatisch gewesen? So, Papi, diesen Raum wende ich jetzt mal auf. Lügenkronkorb. Diesen Raum wende ich auch auf. Lügenkronkorb. So. Dir geht's gut? Ja, der geht sehr gut. Doch ist das nicht richtig gehabt? Kommt der noch einmal zurück? Nee? Okay. Habe ich Nasenbluten? Weiss ich gar nicht. Oh, dem geht's gut. Dem geht's gut. Auch jetzt läuft's langsam echt. Wieso habe ich alle Nasenbluten? Was habt ihr für Probleme? Wieso? 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 So wie sind die alte Kotzen? Das sind doch Lahme erschienen. Ich bin nicht zufrieden. Was will ich mal mehr? Alles läuft. Böf. Was? Was ist das denn so schön? Was? Gut! Ich denke die Gunst der Stunde nehme ich und sage, äh, ja war ne Juni. Dann die erste Aufnahme, wir sehen wie ich das dann schneide. Also wenn ihr es gefallen habt, Daumen hoch! Abonnieren! Bis zum nächsten Mal. Steady! Tschüss! Bis zum nächsten Mal. Nach dem Niedern drüben! Und, ich weiß nicht, aber ich habe nicht gesagt, Uranium Ores ist mehr als gold. Ich bin genau, ich habe mir einen Autobahn. Ich habe mir ein Ding, ich habe mir einen Bug und ich kann nicht睡 Dream. Uranium fever has gone and got me down Uranium fever is spreading all around With a Geiger counter in my hand I'm going not to take me some government land Uranium fever has gone and got me down Well I had a talk with the AEC And they brought out some maps that looked good to me And one showed me a spot he said he knowed So I straddled my jeep and headed down the road I reckon I drove about a hundred miles Down a bumpy road out through the wilds When all of a sudden I bounced a stop At the foot of a mountain didn't have no top Uranium fever has done and got me down Uranium fever is spreading all around With a Geiger counter in my hand I'm going not to take me some government land